Ich bin Anita Farke und spreche den Ixoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Millionen Patientendaten von Versicherer an Google und Microsoft weitergegeben. Sensible Patienteninformationen. Millionen von Daten wurden von einer Versicherungsgesellschaft an Google, Microsoft und X weitergegeben. In einem spektakulären Fall von Datenschutzauffassungen scheint eine große Versicherungsgesellschaft in den USA Millionen von sensiblen Patientendaten an Technologie-Giganten wie Google, Microsoft und X geleakt zu haben. Diese Praxis hat die Frage aufgeworfen, ob die Ergebnisse dieses Datenaustauschs für gut oder für böse genutzt werden könnten. Die genaue Art und Verwendungszweck der Daten sind nicht bekannt. Es versteht sich jedoch, dass sie medizinische Informationen von Millionen von Versicherungsnehmern enthalten können, darunter Namen, Adressen, Krankenversicherungsnummern und sogar spezifische Diagnosen und Behandlungsprotokolle. Während einige argumentieren, dass die Datenverarbeitung und Analyse durch Unternehmen wie Google und Microsoft Vorteile für die medizinische Forschung und die Identifizierung von Gesundheitstrends bringen kann, sind die Bedenken wegen des Datenschutzes und dem potenziellen Missbrauch dieser Informationen stark gewachsen. Darüber hinaus wird die Tatsache, dass die Namen der Patienten nicht anonymisiert, bevor die Daten weitergegeben wurden, von vielen als ein schwerwiegender Verstoß gegen die Datenschutzgesetze betrachtet. Viele Fragen bleiben offen. Warum hat der Versicherer diese Daten weitergegeben? Wurden die Patienten darauf hingewiesen? Haben Google, Microsoft und X die Daten zur Verbesserung ihrer Produkte oder für andere Zwecke verwendet? Laut Quellen wurden bisher keine öffentlichen oder rechtlichen Schritte gegen den Versicherer unternommen. Es ist jedoch anscheinend, dass dieser Fall ein Markstein in den anhaltenden Diskussionen über die Rolle von Big Data und künstlicher Intelligenz, KI, in der Medizin und der Gesundheitsversorgung sein wird. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung, Regulierung und Aufsicht in Bezug auf die Verwendung von Patientendaten durch Dritte. Während der Beitrag von Technologieunternehmen zur Verbesserung des Gesundheitswesens anerkannt werden sollte, ist es auch unerlässlich, sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Patienten und die Integrität ihrer persönlichen Daten geschützt bleiben. Eine ausführliche Untersuchung und transparente Aufklärungsmaßnahmen von der Versicherungsgesellschaft sowie den betroffenen Technologiegiganten sind dringend erforderlich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Gesundheitssystem zu wahren und weitere Missverständnisse zu verhindern. Die rasante Entwicklung der Technologie und die zunehmende Verwendung von Daten in der medizinischen Forschung sind unvermeidlich. Es ist jedoch an der Zeit, dass die Gesetzgeber die Herausforderungen und Grauzonen in Bezug auf den Datenschutz und die Cybersicherheit im Gesundheitswesen umfassend anpacken. Geschrieben von Anita Farke, Dienstag, 30. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.